Herzlich willkommen zum zweiten Video zur ACMP Abfrageverwaltung. In dem Video möchte ich Ihnen gerne zeigen, wie Sie auch eigene Abfragen ganz einfach erstellen können. Hierfür wähle ich erstmal den Wizard für eine neue Abfrage aus. Ich habe jetzt hier überlegt, ich mache eine PC-Übersicht auf Basis natürlich von Client-Informationsdaten. Nehme jetzt hier erstmal Hardwarefelder mit rein und zwar unter dem Bereich Maschinen verbergen sich einige interessante Informationen, zum Beispiel über den Hersteller. Da wollte ich eigentlich den Systemhersteller. Gehäusehersteller nehmen wir mal wieder raus. Dann die Systemversion, genau. Und dann nehmen wir noch aus dem Bereich Betriebssysteme ein paar Informationen mit dabei, zum Beispiel zur Auslastung der jeweiligen Partitionen, Festplattenbenutzung insgesamt und vielleicht das Betriebssystem nochmal, was momentan auf dem jeweiligen Rechner installiert ist. So, dann habe ich mir meine Felder erstmal ausgesucht. Das passt soweit. Jetzt könnte ich auf der rechten Seite noch ein bisschen was editieren, zum Beispiel die Standardsortierung. Bestätige ich mit Weiter. Filter brauche ich erstmal keinen. Sicherheit lasse ich auch erstmal auf dem Default stehen. Icon ist natürlich eine kreative Sache, da können Sie sich irgendwas aussuchen. Ich nehme jetzt mal so ein Monitor-Icon und dann habe ich jetzt hier meine neue eigene Abfrage. Kann ich erstmal die optimale Spaltenbreite setzen. Dann werden die Spalten schon mal aufs Fenster angepasst. Sehe ich zum Beispiel, oh, ich habe mich vertan. Systemversion wollte ich doch gar nicht haben. Jetzt möchte ich das im Nachhinein nochmal editieren. Gehe ich einfach nochmal unter den Bereich Felder, Systemversion raus. Gehe nochmal auf den Bereich der Hardware, wo sich das eigentliche Feld versteckt, was ich haben möchte. Und zwar mit der Versionsnummer wollte ich eigentlich die Seriennummer sehen. Genau. Nehme ich das Seriennummerfeld mit rein, aktualisiere das und schon sehe ich Hersteller, Seriennummer, Festplattenbenutzung und das Betriebssystem. Das Ganze sollte ich natürlich jetzt zwischendurch auch mal speichern. Immer von Vorteil. Und dann habe ich meine eigene Abfrage erstellt und kann die genauso immer wieder aufrufen, wenn ich sie benötige. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren ACMP-Vertriebspartner.